Wir müssen es mir antanzen und ja. Jo, jetzt geht es gleich los, ne? Wunderbar. Also wie gesagt, ich wollte noch mal kurz testen. Ich denke, das ist alles in Ordnung. Mein S-Wert bei euch sollte in Ordnung sein. Naja, Santiago 3 Radius sucht mich mal halt hier. Ne, Quatsch. Wie immer. Alles klar, dann funktionieren die 5,4 Watt. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. Sag mal, was hat denn hier für ein Hub da drüben? Wer? Ja, normal. Das glaube ich nicht. Wer hat nämlich gerufen? Neun... Sechs sind... Ah Quatsch, schnell sind. Ja, 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 ja. Ne, ist gut. Kurz, jetzt ist der Seeadler für das Jeepmobil. Ja, der Funkstapel läuft ab. Ja, schönen guten Morgen Hans, freut mich. Und mit der Staffel. Ja, aber was ist denn? Geht's los? Ne, Flo, die Staffel läuft. Ne, 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 ne? Sie sind ein wenig Schminder vom Klang her. Oh Gott. Was? Gerade? Was? Ne, 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 ne? Ja, da wört mal drauf. Kann ich alles vergessen, nur den Wettbewerbloch, hau mir ab. Die Manni ist nur am Weinen. Manni, hier am Uffse Weinen. Hey, du hast nichts Hand und Fuß dazu. Kam es richtig durchorganisiert. Gut, der Seeadler für das Cheapmobil. Ja, Cheapmobil, ich hör dich. Hey, wunderbar, ich hätte schon gedacht, du wärst nicht QAV. Ich bin immer QAV, kein Problem. Bis später. Alles klar, bis später. QAZ Manfred. Jeepmobil, Manfred, hörst du mich? Gut, alles klar, passt, leider. Ist mit dem? Manfred? Ja. Äh, äh, klappt das doch jetzt nochmal, Manfred? Sebastian, hast wie immer eine Scheißmodulation, hau mir. Du, ach, Manfred, Mensch. Kling mal, jetzt, jetzt, sagen wir mal ein bisschen freundlicher. Ich fange ja gleich an zu weinen hier. So, äh, kling in Firewandel, hau mir. Warte? Maja, gut, dann sind wir mal gespannt. N Uhr ist es, ne? Bei uns auf der Uhr ist N Uhr. Ja, kein Sinn. Maja. 058, hab ich. Gut, äh, ja. Digital gestellt. 058. Ja, ja, alles klar. Äh, gut, äh, ja. Dann würde ich mal sagen, wir haben die Frequenz gefragt. Geht ja los jetzt. Ja, dann haltet doch, wo die klappt. Jo, jo. Äh, 4, 10, 10, 10, 10, 11, 10. Also, wie, da? 5, 10, 10. Äh, irgendein Störer? 10 Sekunden, jetzt. 5, 10 Minuten. Also, ein Störer ist das. 5, 10. 5, 10. 1, 11, ein herzliches Glückal. 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Und Feuerburgi. Oh, das muss man dazu sagen. Ja. Die letzte Freihadstimme erst prägen. Ja, 5. Funkstaffel 2, 30. 13, 30, 15, 9. Grüß und... Ja. Also, das ist Hatzal. Hatzal, der Kammer da. Ja, die Stellen immer da. Genau. Hatz, Pultrafen, um Edelstag. Sehr schönes Sieg, ne? 5, 10, 10, 10, 10. Jo, hallo, hier ist Andreas, Bergfunkteam, Faltenberg. Oberlausitz. Grüße alle Teilnehmer. Und vielleicht hört man sich ja mal, nicht auf direkten Wege. We are the best. Ja, hallo, hier ist der Geradter, Mike Tomorgos. Das Ganze aus dem Erzgebirge. Wünsche, Schwieglück. Freunden, die besten Grüße. Ja, wir hören uns später nochmal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.